Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Wicks. In der letzten Folge haben wir den tiefen Weltraum abgeschlossen. Und jetzt gehen wir ins Nimmerland, ja, mit dem pädophilen Peter Pan. Da kriege ich die wieder aus dem Kopf, seit mir ein Kollege so gesagt hat. Ein Typ, der Kinder einführt und sie ins Nimmerland bringt. Boah, vielen Dank. Ja, falls ich da bald ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen habe, es würde mich sehr freuen. Und ausgehen habe ich nichts gemacht. Ich habe das neue Schlüsselschwert ausgerüstet, das wir aus dem tiefen Weltraum bekommen haben. Und wir gehen jetzt die volle Möhre da rein. Boah! Schönen. Man, die Welten sind ganz schön kürzer, als ich mir gedacht habe. Wir sind schon fast zu Ende fertig mit Ventus Story. Ventus Story. Schön. Oh, oh. Oh. Neverland. Nimmerland. Schönen. Und das ist mir kürzer. Oh. Huh? Move it. Was? 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 Peterbeth? Was? 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 Wer bist du? Was? But everybody just calls me Ben. Huh. Guess, when I sat down to rest I must've fallen asleep. But where'd you come from? Well, you see... Huh? Alright, alright, we're going. So long, Ben! Hey, where are you guys off to? King saw a shooting star and we're gonna go hunt it down! A shooting star? Mind if I come along? Of course not! But you gotta agree to follow us! Yeah! It's a riot over... Battleway! By the Indian camp! Ready, man? Forward march! Hey! Hey! Boah! Ich möchte mal so richtig gerne reinhauen! Hi! Und die Gegner haben schon ein bisschen mehr aus! Ich sag mal wieder an! Gehe ich mal einmal nicht! Oh! 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 Hilfe! Da gehe ich einmal auf God offscreen trainieren! Das passiert wieder so weit! Ja! 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 Darf doch wieder nicht wahr sein ey! Ich könnte ja ein bisschen länger dauern, hier durchzukommen! Da hab ich überhaupt Angst gehabt beim Ganzen! Ja! Fühlt mich da keiner an! Ja! 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 attacke ausgezeichnet sicher schon richtig viel mehr ab solche angestärkert hallo er war jetzt wendet ich weitermachen nicht überhaupt machen dann kriegt man manchmal irgendwie eine passive fähigkeit oder irgendwie so weit erstmal zurückgehen da gibt es auch schon bad nein dann gibt mir mal wieder eine schluss schwert hat helden gingen da kann ja schon wieder nicht so weitergehen zwar war mit magie gar nichts mehr aber was soll ja hat mich magie tuma hat euch nichts abziehen nein ich lief ich da oh mein gott jetzt gehen wir rund um die uhr solche dinge weg damit da komme ich doch locker dran mein blöder analog ich will nur einmal kurz nach links antippen der ist dann da eingerastet die wichtigsten sachen haben wir ja eigentlich schon finde ich trotz kopf unit der baum war eigentlich sowieso nicht alle sowieso nicht alle dinge jetzt zeigen mit drei charakteren kann das ganz schön lange dauern das war voll gegen meine markt politik sich eigentlich fast 100 prozent ich mache aber das hat jede karte in chain of memories das ist als hätte ich jede karte in re chain of memories irgendwie gefunden also muss ich unbedingt sein und so weit ist es hier noch kein außerdem will ich ja noch vorhin release von 2.8 hier ging nochmals 2.8 remix weit haben ist dann schon weg fertig sein mit dem spiel da muss ich mich ein bisschen entspoten ich könnte dazu war jetzt hätten geschaffen in jeder karte so weit okay wir sind uns bei part 10 mit ventus das könnte doch ein bisschen lange dauern ja wann jeder hat so 15 parts 45 45 parts in diesem projekt gefärbt ist die ganzen optionalen boss das ist irgendwann nächsten monat schon fertig sein weil ich ja schon mal dinge anfangen das nächste king gemacht mal schauen vielleicht doch halt ein paar mehr parts spitalgruck laden ja warum ist denn der dding sonst mal abgelaufen ja ich will erst mal da hin ich wollte schon sagen ich meine schnell wir stimmen können er ist unmenschlich okay bei dem spiel ist also viel schneller story kämpfe so indianer siedlung die waren glaube ich da machen wir erstmal hier weiter meine gute war ja genau so warte 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 Ich habe noch nie gesehen. Ich bin Vantus. Ich bin Vantus. Ich bin Vantus. Ich bin Vantus. Also, wenn du so. Tension! Jetzt, Vantus. Ich glaube nicht, dass du einen Traum von Realer Piraten willst? Realer Traum von Realer Piraten? Sure! Also, wer hat Sida-Hook geholfen, wenn er seine Traum hat? Was sagen wir in und holen? Oh, boi! Let's go! Ow! Oh! Tinkerbell? Was hat dich in? Wir mussten alle gehen, um eine Traum von Realer Schauspielern zusammen. Forget das. Der Traum von Piraten ist viel mehr Spaß. Tink, du kommst mit uns. Das ist kein Weg zu reagieren. Komm schon, Ben. Du bist eine bessere Sport als sie, oder? Okay? Ich würde gerne dich zu erinnern. Aber erst möchte ich den Schauspieler finden. Tja. Immer erst den Ladies aushelfen. Immer erst die Seite der Ladies hier einschlagen. Der Bomenizer, Ventus. Ja. Jetzt sind wir natürlich voll viele Gegner. Wir haben uns voll locker schillig hier unterhalten. Wir kommen, sind sie weg. Ich kann ja alles mögliche ran füchern. Ich vermisse noch eine Karte. Beim nächsten Mal. Nein. Nein. Von mir Gegner. Das ist vielleicht doch da hinten die Platt machen, sollen. Hör! mit dem und hat man gesehen aber trotzdem da weißt du doch gar nicht alles irgendwie sterne verbunden oder ich tritte in den hinteren im erdi weg er soll das gemacht was ich verlangte aber es hat nicht geklappt ein paar misstviecher auftauchen es ist das scheit quer ich freue mich und so während stunden ok das hat mir jetzt bekommen aber jetzt bringt natürlich nicht mehr ich sehe gerade was da für fliecherin und eigentlich gar nicht so raus diesen schaden ich wollte erst mal alle auf dem sohn das spiel ist nur voll mit nervigen piechern ich hab was sitzt, oder? gut, du ziehst, dein Fuss oh Gott, oh hei angeschafft Ehrlich? Ach man Aber sowieso nicht Alter Quats Ja Boah, blitz ich gar nichts ab Mein Schuss und Schwert Ein Magie Irgendwie nur Sehr gut Ja, schön Einger, da war nervig Wir sind zu stark hier, hab ich da quill Ich habe sie verloren Sieht bekannt aus Ernst Schau, da oben Peter, bitte Warum Achtung? Ich kann auflegen, weißt du? Oder gleiten. Das ist doch das Gleiche, oder? Ja, ich weiß, ja, ich weiß. So viele neue Dinger. Ich jetzt reinpacken kann. Boah, ich habe schon Immunität. Boah, ich habe schon Immunität. Entschuldigung, ja. I don't need this. Get out of my... Get out of my side. Äh, äh, äh. Totalität habe ich schon. Äh, irgendwas anderes herstellen. Dann gibt mir irgendwas Neues hier. Schatzwort. Nein. Ne, nein. Eurora und Airo. Bestimmte Angefahr. Kombo-Meister, das habe ich glaube ich noch gar nicht. Bin ich mir aber nicht sicher. Und Zeit, das ist ausgezeichnet. Eis und... Eistrad, so eisgar. Neustes Teil, eiszeitrohr. auch an die neue sache ja kein denn es war schatzwurf noch mal euch das ausging war erhellung jetzt hier macht nicht lange verstärkt oder so aber zyklos glöckspelz reicht von dem party reichen schatzwurf glöckspelz und keine neue fertigkeit was erhellung hat noch nicht ausgezeichnet aha weiter und jetzt daran ok zeitlumfeuer jetzt schon noch was bitte zeit um feuer kann ich was damit machen das war ja so gut weiter oder man sagt man hat es hat meinen an das ist auch wichtig attacken hast du magie aus das langsame weiterkommen der mädchen wohnert der bahn hat durch nie geguckt viel ist nicht fair wenn ich guck mal die bühne da oben ist doch geradeaus Tink, es ist du! Und du bist gut! Was? Ein wunderschönes Mann mit einer wunderschönen Wunderschönen hat... Hold on! Ich muss die Kamera stoppen! Okay, ich gehe nach Huck. Genau. Tink, wenn du? Was? Das ist Pixie-Dust! Du fühlst jetzt leichter, nicht wahr? Ist mein Darm gelehrt, oder was? Leid halten... Ja, einen Moment! Ja, genau wie... Aber schon ein Dingens... Da wie Spinne... Ja, um dich in die Lüfe zu gleiten... Mein Gott, das ist ja eine andere viel besser... Kann ich aus Gleithalgen machen... Nö... Warum ist Ausweichrolle, ne? Oder... Wenn ich das jetzt... Nicht ausweichrolle, auch mit irgendwas verbinden... Irgendwann... Ui... Geht mal auf dem Weg... ich bin die kampfmusik irgendwie zu schillig ich will mich nicht jetzt mit euch hier noch umschlagen also wenn ich den angepasst was für den reinten haben so war ich habe zu sagen weil ich auch mal nachgucken ob ich da schon wieder was nehmen kann da brauchte ich muss man das hier ist das hier wie kommt ich an da ja auch nicht zu schließen aber gefährlich müssen da da oben ist ja hier ja sagt folge hier kommt ja hallo auch ihr besser auch verschwäße fischer jetzt zu erledigen ich gehe weiter ich kann nochmal gegen mich kämpfen ist auch sehr geil aber ich bin gestolpert ich bin gestolpert ich bin gestolpert da ist das schiff das ist eine troe die ich habe die schöne bostkampfen sich aus kinder mal zwei darüber fliegt die ist nicht mehr da Ja, was? Wie deutsch! Komm her! Ich hab auch noch nicht gesehen. Nein, der hat geblockt. Warte, jetzt komm ich auch mit Schwertern los! Fechtkampf, Fechtkampf! Auf damit! Jetzt mal aufhören mit dem Angriff. Kann auch wie blöd da rumschlitzen. Ha! Und schlitz! 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 Ach! Ja, der hätte eigentlich blocken können. Ach! Sehr gut! Ein geiler Finisher. Aber nach hinten teleportieren und dann angegriffen. Sehr schön! Hat Krokodil einen Schaden machen können im Wasser? Ah! Lass mich allein! Hilfe! Ich! Ahoy! Look what we brought! It's a pirate's treasure chest! Treasure! Yep! The same chest I told you about. We snatched it right from Hook's hiding place. Huh? How come it's empty? Oh, sorry, but we lost it all the treasures! Oh, well... It's too bad. Ah, who needs it? It was probably just full of dumb old jewels or doubloons or something anyways. We could just put what we treasure in there instead. If you wanna. Yeah, that's perfect! Instead of filling it up with jewels and golden stuff, We'll put in what's truly special to us. The real riches! What are you putting in, Ben? I don't know. Hmm... How about this? Hmm, what is it? It's... It's... Just something that one of my best friends gave me. So it's like a keepsake, huh? You sure you want to part with something that's special? Yep. I don't need it if I've got Terra and Aqua. Our best memories are still ahead. All right, Ben. Next time you visit, we'll have an even bigger chest waiting. Enough for all those treasures, and lots more. Okay, it's a deal. Oh, wait, Tink! I'm pretty sure that belongs to a friend of mine. Do you think maybe I could hang on to it? We should... Now, Tink! Thank you. Whoa! Whoa! Oh, yeah. He... He's gone! Look, the light! Oh, my God. Don't worry, men. No matter where that light takes him, then I'll always have friends waiting to meet him. Ich bin ganz schön besoffen durch die Gegend. Also, Peter Pan einen Dimensionsweg herstellen. Jo, he's right. Ich rose nicht weggehen, ey. Das wird schon der Kopf vomatie. Tolltenwunzen w構! prevented der Kopfweber mussten. Es gab einen dämmerland woessen? Da haben sie wahrscheinlich dochegen sowas. Boa! Ja! Donald, traurig. ich glaube ich tue länger ein paar aufnehmen da sind zwei parts einteilen da müsst ihr dass jeder anfangen des nächsten part sein weil ich direkt in die nächste sache reingezogen muss doch jetzt nicht sein ein mysteriöse turm übrigens können wir auch ja oder ich kann jetzt hier den part beenden wenn ich hier den partner am besten weil wir sind jetzt noch kurz hier vor und dann sehen wir uns in der nächsten folge von let's play kinder mal zwei fliegt wird wird bei sleep final mix ich bin habe mich alle ich grüße euch noch mal und sag tschüss bis zur nächsten folge